Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TrainSymbol 2 Video hier auf der Schnellfahrstrecke Köln-Langsesher und ebenso wie bei den anderen Szenarien, ebenso wie bei den anderen Routen, die ich schon abgeschlossen habe und mich nur auf den Fahrplanmodus fokussiere, werde ich mir wieder die Hilfe des Random Number Generators zur Verfügung, zu Hilfe nehmen, das heißt wir gucken erst mal nach dem Wetter, wir sind ja prinzipiell noch gerade im kalendarischen bzw. astrologischen Winter, der Frühlingsanfang, der kommt ja in Kürze dahin, deswegen das eine oder andere Wintervideo wird auch kommen, bevor der Frühling auch in Schweinstein World 2 einziehen wird bei mir. So wir nehmen das vierte, es wäre ein klarer Wintertag, wir haben jede Menge zur Auswahl, um genau zu sein 8 Stück an der Zahl, es soll die BR 185 werden, dafür gibt es sechs Fahrplanmodus, und es wird der vierte. Dementsprechend wäre das dann, ja, ein kombinierter Verkehr Richtung Westen, die DB 83134 Richtung Westen, es gibt auch Medaillen, okay, wir starten das Ganze in Köln-Ehrenfeld, den Random Number Generator brauche ich jetzt nicht mehr, da kann ich das auch wieder schließen, um, fahren sie diesen kombinierten Verkehr in Richtung Westen nach Aachen, wo ein anderer Lokführer die Reise fortsetzt. 1.089 Tonnen sind wir schwer, 31 Waggons haben wir, 30 Waggons, ungewehr haben wir hintendran, eine Länge von 458,4 Meter und wir starten in Köln-Ehrenfeld, äh, in Köln-Ehrenfeld und es geht nach Aachen-Hoppenhof. Das, äh, uh, geht jetzt schon direkt wild los, dann mache ich es mal einfach so mit PZB und Sifa, aber PZB wilden wir nicht. Okay, es wird aber nevermind, regnet man auch vorwärts, das war es gewesen. Schön, ich will noch was sehen, ähm, nevermind. Ähm, das passt vorne auch noch nicht ganz. Sollte jetzt dann passen, ich rolle schon vorwärts. Hm, Signale auf, Spitzensignale. Und, das passt dann jetzt auch. Entschuldigung mit. Es, 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 es wurde auch gesagt, gemischt natürlich dazu. Also wirklich gemischt ist der für mich jetzt nicht, eher ein Intermull, Intermull, ja, ihr wisst was ich meine. Gemisch wäre für mich eine Mischung aus Container, Schütgut und was weiß ich. Aber gut. Aber gut. Ja. Wie sehr? Da kommt uns dann noch mal ein S-Ball entgegen. Ach ja, schön mit dem Wiederzug. Vielleicht kann es noch weitergehen mit 100. Allerdings sind wir ja noch in der PZB, in der V-Überwachung drin. Warum gibt es eigentlich immer diese Einbrüche? Ständig gibt es diese dämlichen Einbrüche. Muss ich jedes Mal den Drecks-PC neu starten? Das kann doch nicht angehen. Das ist jetzt hier so immer nur bei Dings so rumeiert. Aber das ist ein Problem von Trainsome World 2. Bei Kooperationen mit dem anderen Boomster. Scheinbar muss ich echt ein bisschen einfach mal neu starten. Wobei es ja eigentlich immer nur bei den Streamster der Fall war. Aber jetzt läuft es ja gerade. Zugbeeinflussung. Das ist laut. Ups, stimmt. Das ist ja glatt. Leicht beschleunigen. Und der nächste ist auch schon unser Haltepunkt. Der ist 59 Kilometer entfernt. Aachen, Grote Erde. Da soll es hingehen. Und das ist jetzt unser Ziel für diese Tour. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu viele rote Signale gibt. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, mir fehlt immer noch so eine Art Medaillentabelle. Wenn es halt schon Medaillen gibt, dann wäre es natürlich auch gut zu wissen, wie viele Punkte man benötigt für Medaille XY. Okay, 140. Dann fahre ich das auch maximal. Ach, kann ich die AFB eigentlich einstellen? Scheinbar nicht. Und wenn, dann ja hier hinten, aber... Hier nicht. Dann fahre ich halt so durch die Gegend. Das Ding ist, ich wüsste halt echt nicht, wo es hier wäre. Oh Gott. LZB wäre ja prinzipiell möglich, aber... Wir haben ja jetzt gerade mal einen LZB-Abschnitt. Aber gut, ich darf ja eh nur 100 fahren. Das Ding sieht man wieder da. An der Brei zur Stelle. Ach, komm, einfach maximal. Irgendwann werden wir dann auch die... Vielleicht willst du auch nicht mal so hin und her wackeln. Mit 61% Leistung passt das sogar. Wir passen uns einfach in den Bedingungen an. Oder ich passe mich einfach in doch noch die Bedingungen an. Ignorieren, was ich vorgesagt habe. Also das Bremsen wird wieder auch super. Da muss man dann... Muss ich dann wieder rechtzeitig anfangen zu bremsen. Und den richtigen Bremspunkt finden. Da ist ja doch... Äh... Ja. Ich weiß gar nicht, was für die Imperaturen wir hier haben. Aber... Es vereist sein könnte. Toller Blick. Das ist echt ein sehr, sehr toller Blick auf den vorbeifahrenden Zug. Ich würde mir ja manchmal wünschen, dass... Die... Äh... Die... Die, die vorbeifahrt, dass die... Random, also das... Dass die jetzt nicht... Die ist ja jetzt permanent auf der rechten Seite, weil ich mich in der Kamerasicht... Zu einem Zeitpunkt halt hinbewegt habe auf die rechte Seite. In Fahrtrichtung rechts natürlich. Ähm... Und rausschauend auf den Zug, der dann quasi vor links nach rechts kommt. Aber was ich nice fände, wenn es halt auch... Ähm... Ja... Per Zufallsprinzip dann halt... Auch mal hierhin gesetzt wird. Oder halt doch noch da oder so. Aber halt eher so von der Front und nicht von der... Irgendeine beliebige Position, die vor dem Zug ist und nicht hinter dem Zug. Und mal wieder den Zug vorbeifahren sehen und nicht sehen, wie er wegfährt. Ich denke mal, es sollte eine Goldmedaille sein. Ich meine, wenn ich jetzt nicht über die Geschwindigkeit rüberkomme, also über die... Zug das Lösgeschwindigkeit dann irgendwann, dann ähm... Würde ich jetzt nicht wissen... Wüsste ich jetzt nicht, weswegen eine volle Funktzahl nicht drin wäre. Sie fahren! Sie fahren! Aber gut... Ich lass mich mal überraschen. Kann ja immer noch was passieren, wodurch dann doch... Was dann doch dazu führt, dass es äh... Punktabzug gibt. Ich muss schon sagen, so im... Durch den Schnee zu fahren, ist halt einfach... Ist halt einfach schön. Ist halt... Ist halt einfach echt schön. Das ist ja schön lange... Ich pippe mich denn jetzt hier wieder an. Sie fahren! Sie fahren! Ah... War echt nicht gemeint. Ähm... Was war da? Ähm... Ähm... Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ich hab irgendwas vielleicht, glaub ich, gespannt, oder? Ah, ist aber schön hier mit der untergegenden Sonne! Ich find ich jetzt die Überschreitung, okay. Zwangsbremsung! Waren das dann doch nur 120? Zwangsbremsung! 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 Waren das dann doch nur 120? Hm... Na okay, dann schalte ich in 3 Minuten noch wieder auf 120 halt nur. Jetzt halte ich hier wieder grandios den Verkehr auf. Denn... Waren wir mal weiter. Wie gesagt, äh... Ich, äh... Geh nur noch über 120. Boah... Das, äh... Kommt davon, wenn man sich zu sehr nach... ... zugesassener Überschwindigkeit für die Lok richtet. Offenbar. Zugbeeinflussung! Und wenn man keine Ahnung hat. Das kommt auch noch dazu. Immerhin, man hat 10 Kilometer schon hinter uns gebracht. Kann ja nur besser werden, ne? Aber das kann auch noch schlechter werden, ne? Also so ist es nicht. Also sowohl noch luften nach oben als auch noch luften nach unten. Aber mit dem Sonnenuntergang ist schon echt... Es hat schon was. Bisschen schade, dass ich nicht dazu gekommen bin, ähm... Ein bisschen mehr... Wintermäßiges... ... schon aufzunehmen. Aber... Der Frühling, der beginnt ja bald. Aber danach wird es ja so sein, dass ich wahrscheinlich für jeder Strecke... Äh... Ein Frühlings-Fahrplan-Modi fahre. Sollte... Berechnung zufolge passen. Und... Ja... Irgendwann ist das dann auch eher nur noch auf einzeln bezogen. So, das ist nur ein... Ein Szenario mehr oder weniger. Je nachdem. Da weiß das schon. Vielleicht nehme ich einfach ein bisschen... Mehr auf, als ich dann irgendwie rausbringen kann. Oder so. Mal schauen. Oder ich muss einfach das Game-Up-Step-Mont-Mehr-Trains-Nv2 bringen. Wenn... Mehr... Äh... Hut-DLCs dazukommen können. Natürlich auch mehr Schränkungen dazu. Das werden mehr... Fahrende... Szenarien. Weil ich jetzt gerade eben so Ewigkeiten da rum stand, äh... Habe ich ein bisschen den Verkehr aufgehalten. Ähm... Aber ich weiß nicht, wer warten musste. Ich weiß auch echt nicht, wie schnell ich gerade fahre. Auch hier 93, alles klar. Dann bin ich gleich bei meiner... Endgespräche angekommen. Offenbar. Was ist da jetzt, warum er gerade den Download gezogen hat? Habe ich es eigentlich... Ach ne, woher? Da war ja was. Muss ich gleich mich daran erinnern, dass ich den Net-Limiter nochmal aktualisiere. So... Und langsam... Komme ich da zu dem Punkt, wo ich dann eher das Tempo habe, versuche zu halten. Und verzweifelt sich verdrücke, weil sie nicht wieder angenommen wird. Ähm... Moment... Das könnte natürlich sein, dass wir jetzt... Was jetzt könnte es eigentlich meinen, dass wir wandern auf dieser Strecke so. Auf der Strecke Köln, wo wir so einen Abschluss kommen, wo wir nochmal... Nur mit 80 rum dürfen. Das wird dann hier auch nochmal spannend. Wir sind ja noch auf... Schnellfahr... Auf dem Schnellfahrstreckenabschnitt. Und... Ich meine... Mich erinnern zu können. Es kann natürlich auch sein, dass ich sie verwechsel mit... Äh... Der... Hauptschlecker München Ausburg. Dass es dann irgendwann... Ach... Zweigleisig wird. ... Zu gut, dass eine Höschgeschwindigkeit auch für... die CE auch nur noch 360 ist, wo er liegt, weißt ja gesagt, diese Ruckler, ne, das ist schon wieder triggert, also es ist gut, dass ich nur eine Sache jetzt heute aufnehme, dann kann ich den PC nochmal neu starten, in der Hoffnung, dass der Mist dann beim nächsten Mal nicht so ist, aber okay. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, warum das, warum die GPU immer so rumspringt hier. Na gut, das kann man nicht ändern. So, 116 heilte ich auch gerade, sehr schön, noch 40 Kilometer bis Aachenrote Erde. Ah, es ist schon mal wieder angenehm, wieder einen Wiederzug-Szenario zu fahren. Da fällt mir auch, ich habe noch ein bisschen was von TS2D-Line aufzunehmen. Ich glaube, drei Szenarien war so. Ah, ich denke mal, ich bin bei der PC nochmal. Einfach vorbei, eigentlich muss ich es nicht, es leuchte eigentlich ganz rund, mehr oder weniger, ab und zu hatte ich so keinen Ruckler, aber nicht so krass wie jetzt beim Livestream-Versuch von der Underground-Background-Background-Line. Versuch, weil es überraschenderweise nicht rund lief. Kann natürlich auch am Schnee liegen oder so, weil, I don't know, weil, weil, weil irgendwas könnte es sein. Ja, vielleicht jetzt selber kann ich noch mal morgen neu starten und dann eventuell finde ich dann morgen die Zeit noch dazu, das eine oder andere TS2D-Line aufzunehmen. ist aktuell zum aktuellen Zeitpunkt eher so ein, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Äh, 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 es ist lucky aber, 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 aber ich weiß jetzt nicht, was man dann noch eben, was ich noch eben ranhängen kann. Ja, das ist ja einfach Lack gerade, ob ich die Zeit dazu finde, die 20 bis x Minuten zu finden, um mal fix was zwischendurch auch zu nehmen. Das ist vielleicht auch, ich weiß gar nicht, welche, welche waren das jetzt noch. Ich könnte mal so nachschauen. Äh, äh, oder auch nicht. Äh, oder vielleicht doch. Darüber vielleicht, ist ja die Frage, ob ich dann wieder schnell zurück kann. Ja, kann ich. Ähm, allerdings hatte ich nicht in den Webbrowser gedacht, sondern was anderes. Das ist ja super. Ich komme scheinbar hier nicht auf die Store-Page über das Overlay. Hätte ja klappen können. Ähm, nämlich von der South East, oh, oh, oh. Ich muss mal kurz die Strecke wieder rausnehmen. Äh, von der South Eastern High Speed Strecke gab es auf alle Fälle einen, ähm, neuen Zug. Die, na komm ich hin, komm ich hin, fließ raus. Äh, davon ist auf alle Fälle auch nochmal das eine oder andere Szenario, was denn auch nochmal. Ja, muss ich den jetzt nicht verdrücken. Äh, was ich dann auch nochmal, ähm. Äh, aufnehme. Allerdings weiß ich nicht. Also, die Szenarien, halt mir so gedacht, die Szenarien werde ich halt einfach aufnehmen und nach Belieben dann rausbringen, ohne jetzt, also wenn, wenn klar, wenn jetzt, äh, eine neue Schrecke rauskommt und ich die dann habe, dann kommen da natürlich alle Szenarien sehr, sehr zeitnah. Ansonsten aber, wie es halt so kommt, ne. Oh, dieses Scrollen, ne. Dieses Scrollen hier ist überall echt am reintriggern. Weil es ja einfach nicht scrollt. Hallo. Alter. Steam komplett überfordert. Oh mein Gott, der will scrollen, was mache ich jetzt? Beinahe 120 verpasst. Äh. Oh. Es waren nicht die Diesel Legends für... Für den Great Western Express 1 hier glaube ich, ne. Ja, für Great Western Express. Es war, es war, diese Überforderung, die ist ja echt traurig gerade. Ich kann ja gar nicht wirklich, oh Gott. Ein Skoll dauert drei Stunden, gefühlt. Also leicht übertrieben, aber wo haben wir sie denn, wo haben wir sie denn, wo haben wir sie denn? Hier haben wir sie nicht. Browse. Ah genau, die South, für die South Eastern BA Class 465, Emu, ich weiß nicht, für die BA Class 4659, gab es für die 12 World 2 South Eastern Highspeed Route, glaube ich, auch nochmal vier weitere neue Szenarien. Ähm, die werden halt auch, wie gesagt, bei Zeiten, irgendwann nach und nach fahren. Aber, es sind welche, die ich jetzt nicht so in kompletter Reihenfolge reinbringe. Also, klar, jetzt, äh, prinzipiell kann ich eigentlich schon mit der Teesbellen ja nicht weitermachen, also auch hier Farbe-Modus-mäßig. Ähm, dass ich dann einfach die nehme und dann sage, okay, äh, die sowieso schon lange existieren, die Routen, die bringe ich halt ab und zu mal dann, ein oder andere Video mal raus. Und halt, äh, die neuen Strecken, die komplett neu rauskommen, wenn ich sie mir verkündet auf Zugriff habe, dann, äh, ballere ich die Zeit sehr, sehr zeitnah durch. Fühlt bei jedem Bahnhof oder wo es ein bisschen voller wird, bis es gerade am lecken. Aber ich weiß nicht, ich weiß halt nicht mehr, ob das auf der Schlaufer-Köln auch damals so war, ne? Das kann natürlich auch sein, dass ich damals, als ich noch mit dem, ähm, mit der alten Software von AMD, äh, rumgedingst habe, äh, die installiert hatte. Also, dass es da auch am Brucken war, ne? Weiß ich halt nicht mehr. Also, es ist halt zu lange her, ich nehme meine Geschwindigkeit raus, damit ich mal zu viel Geschwindigkeit aufnehme. Aber es könnte auch echt gut sein, dass ich nicht irgendwie, äh, äh, drei Videos von Transylvents bei jemandem anbringe, sondern vier oder mehr in der Woche, wenn ich halt die Zeit gefunden habe, sie aufzunehmen. Aber der Kanal ist ja sowieso vielfältig, von daher. Und er soll vielfältig bleiben, sagen wir es mal so. Ich weiß, ich will es nicht so machen, dass ich irgendwie, äh, was weiß ich, sieben Videos oder vierzehn Videos bringe in der Woche von Frans in Worlds 2. Denn der Kanal ist ja eigentlich allgemein so eher, ja, ja, genau, vielfältig gehalten, wie bereits gesagt, äh, gibt ja einige Simulationsspiele, mittlerweile auch ein paar MMOs, allerdings sind es eher Stream-mäßig. Allerdings, ab dem 25. August circa, werde ich mich auch ein bisschen mehr wahrscheinlich mit New World beschäftigen und, äh, da auch mehr Content machen, als ich jetzt gerade in anderen MMOs und MMO-FLGs haben, äh, bringe. Das geht bergab, dann nehme ich meine Leistung wieder raus. Ja, ich denke, aber ich kann, es kann nicht schade, wenn ich den PC dann mal neu starte. Jetzt bin ich dann dahingehend, sind wir auch von Nummer 60 gegangen, auch wenn es kein Crash von dem Programm oder irgendwelchen anderen Bums von AMD gab. Deswegen, dass es halt eigentlich auch läuft, wie es laufen soll. Aber wie gesagt, schaden kann es ja nicht. Und, ja, so wie ich mich hier jetzt erinnere, war es tatsächlich hier auf der Schlepperstrecke Köln, das ist ein Abschlecker, wo es dann runterging, auf 80. Der in gefühlt drei Kilometern kommen müsste, glaube ich. Ich meine, es war kurz vor Aachen. Ich war gerade nämlich da auch heuschen, aber ich meine, dass es so gewesen ist. Jetzt noch ein bisschen mehr Berg auf, ein bisschen mehr Leistung nochmal geben. Jetzt ist es auch weiterhin steiler. Also ich werde vielleicht so mit 10 Minuten Verspätung ankommen, aber ja, lass nicht drüber reden. Ich sage mal so, ich weiß ja zumindest, warum Lava meistens, wenn er eine Zwangse bekommt, dann den Hauptschalter auf Aus macht. Eigentlich musste ich das bisher nie machen, aber irgendwie musste ich den diesmal auch neutral stellen und nichts weiter. Da in den tollen Reihen, das wäre natürlich auch nice. So, ein bisschen Leistung wieder rausnehmen. Da die Steigung schwächer wird und nachlässt. Ich mache den letzten ganz raus, weil ich jetzt mir unsicher bin, ob die Hunde da jetzt auch mir gelten oder ob das einfach nur whatever war. Ich habe zumindest jetzt nichts signalmäßiges und sonstiges gesehen. Das kann natürlich sein, dass es nur vor das linke Gleis ist, wenn man jetzt in diese Richtung auf der linken Seite fährt. Jetzt geht es ja aber ab hier, aber ordentlich ab. Bevor ich jetzt wieder ein bisschen zu schnell fahre, gehe ich schon mal ein bisschen in die Eisen, dass ich mit 120 runterkomme. 3.000 extra Punkte. Schön, wenn es glatt ist. Gut, da geht es aber in 2.9 Kilometer runter auf 120, die ich ja sowieso schon fahre. Danach dürfte vielleicht sogar die... Oder fahrst du auch eine andere... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich ehrlich bin. Jetzt haben wir den stillgelegten der Unterkommene Bahnsteig. War das dann doch noch hier oder war das doch wo an der Strecke? Aber auf der Hauptstrecke habe ich es beim letzten Mal nicht gesehen, als ich hier gefahren bin. Ich bin... Verwirrt wobei, kommt bis jetzt gleich. Ich würde sagen, es kommt bis jetzt gleich, einfach auch aufgrund der Geschwindigkeitsbeschränkung. Das würde zumindest schon mal reinpassen ins Schema des Bildes. Die Bremsen muss ja aktuell noch nicht. Ich bin ja schnell, äh langsam genug. Scheibe genug, ist ja gut. Aber ich meine, das ging ja nochmal... Ohne ja, von der Geschwindigkeit ja 110. Aber gut, das... Ja, ich wollte gerade sagen, da sind wir schon was bei der Einfahrt, aber die... Arren ODR, das ist ja immer noch eponymisch entfernt. Oder war es doch nicht hier? Ach, ich habe ja keine Ahnung. Irgendwie doch nicht. Ich habe, ich weiß nicht. Ich habe halt irgendwie so eine Linkskurve vor Augen mit einer... So, die auf einer Überführung ist und die mit 80 ist. Ja. Ich habe das Gefühl, ich verwechsel hier gerade diverse Strecken aneinander. Schön hier. Dieser Abschnitt, der erinnert mich jetzt wieder mehr an, äh... An, 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 an... Oh, wie hieß denn noch? An meinen, an meinen Spessartbahnen als jetzt hier an... Schwerberstücke Köln. Aber... Wie gesagt, zu viele Strecken scheinbar... Bringe ich da einiges durcheinander. Ah, okay, ja, never mind. Okay, ja. Ich weiß jetzt, was gleich kommt, ungefähr. Glaube ich. Na gut. Dann war es vielleicht doch auf der... Wo bin ich gestartet? Köln-Ehrenfeld war das, ne? Ach, aber hier auf irgendeiner Schalke war es dann gewesen. Welche das ist, ist dann eine Überraschung für mich. Vielleicht merke ich es immer dann endlich mal, wenn ich es beim nächsten Mal dann erfahre. Dann beschleute ich mal wieder ein bisschen nach. Auf 110 dürft ich ja. Ich bin jetzt vielleicht noch auf 140, aber ich bleibe bei den 120. Nur noch 7,3 Kilometer bis Aachen, rote Erde. Dann muss das ja, dann muss das ja eigentlich die Hauptstrecke mit dem Ausbau gewesen sein. Nein, dann kann es ja nicht gewesen sein. Die neu ist und wo mich eine... Ein Abschnitt... Ab... Ich bin jetzt gleich noch mal ein Thema. Ich müsste mich noch mal was aufnehmen von American Joggy Simulator. Aber ich bin plötzlich doch kein Material mehr. Ja. Ich bin plötzlich doch kein Material mehr. Ich bin ja auch nicht mehr allzu weit entfernt. Ich muss ja eh nicht bremsen. Hartz-Tunnel durchfahren sind halt immer nice. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer nice. Das ist halt super. Super dargestellt worden. Mein Vorgänger war es ja eher anders. Nicht ganz so schön, soweit ich mich erinnere, aber... Schön, dass der wieder bauarbeiten. Der soll ja wahrscheinlich verlängert werden, der Bahnsteiger auf der linken Seite jetzt gerade eben bei uns. Auf rechten habe ich jetzt nicht ganz so drauf achten können, ob das vergleichbar war oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich in 2 Kilometern oder so, dass ich den runter muss auf 80. Oder schlimmer, auf 40. Deswegen würde ich sagen, bremse ich in 1 Kilometer schon mal runter. Leistung kann ich immer noch nachgeben, ne? Ich meine mir, dass ich nur von der Hauptstrecke runterkomme. Zugbeeinflussung. Dass ich dann von der Hauptstrecke abgeleitet werde und dann zum Tüter-Terminal-Bereich komme. Ich kann mich da natürlich auch täuschen, aber... Ich meine, mich erinnern zu können, dass das... Hier auf der Strecke war. Aber scheinbar halte ich dann doch eher vorm... Zugbeeinflussung. Oh je. Ich weiß nur, dass es wieder... Ist nur wieder dasselbe Feeling, sonst auch, dass ich zu schnell bin. Scheinbar halte ich aber hier vorne und übernimmt dann ein Kollege. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich versuche dann nochmal ein bisschen weiter vorzurollen, damit ich... ... noch ein bisschen mehr Punkte bekomme. Sie fahr! Sie fahr! Sie fahr! Fahr! Ich muss jetzt mal ein bisschen ausrollen hier noch. Oder kann ich bloß Hilton platzieren? Leitkegel. Und putz! Und da habe ich dann 98 Punkte fürs Halten. Und das war es ja schon gewesen. Das war die Fahrt mit dem DB83134 mit dem kombinierten Verkehr Richtung Westen. Ähm... Es gab... Äh... Es gab... Äh... Und ich hoffe, wir sehen euch dann im nächsten Trains in World 2 Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt. Bis zum nächsten Mal!